Ja, liebe Freunde der Genealogie, Freunde der Heraldik, wir freuen uns heute das zweite angekündigte Thema von unserem Erwart Sturjan zu hören. Das erste Thema, da hat er uns berichtet über seine Sammlung WW-Personen, über adelige Personen. Und heute geht es um das sogenannte Siebmacher-Projekt. Der Begriff ist sicher dem einen oder anderen schon begegnet. Siebmacher-Bände, gibt es über 100, gibt verschiedene Sammlungen und der ein oder andere, der in der Richtung forscht, hat sicher dort schon mal intensiver reingeguckt. Informationen dazu von Herbert Sturjan. Wir sind gespannt, was er uns darüber zu berichten hat. Herbert, das Wort ist dir. Vielen Dank für die Einführung. Ja, ich darf also mich auch einbedanken, dass ich die Möglichkeit habe, den Vortrag zu halten. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich selber am meisten Nutzen davon habe, weil vieles mir klarer geworden ist, als ich vorher hatte. Der Bezug ist schon gesetzt zum WW-Personensystem. Dieses System, in dem Adeliche von vielen Perspektiven gezeigt werden sollten, beinhaltete nicht von Anfang an schon die Heraldik, obwohl eigentlich hätte klar sein müssen, dass das eine große Rolle spielt. Durch die Bekanntschaft mit Herrn Dreis, der die frühen Siebmacher-Bände sozusagen verwaltet hat, die Rechte auch übernommen hat und der versucht hat, das Projekt, das Buchprojekt vorzusetzen. Und durch den Seelien Herrn Seeger, einen großen Heraldiker aus Berlin und später aus Wiesbaden, bin ich schon früh auf den Siebmacher aufmerksam geworden. Aber jetzt sollten wir vielleicht anfangen, uns zu erklären, was ist denn der Siebmacher überhaupt? So, also dieses Buch, das wurde in den 50er-Jahren reproduziert und da wurden die Bände anders zugeschnitten als ursprünglich. Das war beabsichtigt, als ein großes Wappenbuch für das Deutsche Reich und für Österreich. Das ist eben das Besondere, dass hier die inzwischen zwei Länder sich nochmal für ein großes Gemeinschaftsprojekt zusammengefunden haben. Es sind insgesamt über 100 Bände, die da verschiedene Mitarbeiter im Laufe von fast 100 Jahren zusammengebracht haben. Und das ist ja ganz erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Chefautoren mehrere Male gewendet, gewechselt haben und dass trotzdem die Konzeptionen, wenn es dann eingegeben hat, oder dass alles doch einigermaßen ähnlich oder zusammenhängend doch realisiert worden sind. Entscheidend für dieses Band, dieses System von Büchern ist die Länderstruktur von Österreich und von Deutschland. Das heißt, man hat versucht, für alle Teilstaaten oder Teilländer der zwei großen deutschen Reiche, könnte man sagen, sollte ein separater Band erscheinen. So, also diese Orientierung auf die Länder spielt eine ganz große Rolle. Dabei ist aber nicht klar geworden, was das überhaupt bedeutet. Also, wann wird eine Familie einem Land zugeordnet? Wir kommen auf diesen Punkt später noch zurück. Gut, das Neue sollte eben sein, dass nicht bloß Bilder gezeigt werden, sondern dass Erläuterungen dabei sind. Das war für die damalige Zeit relativ neu. Und noch heute gibt es Leute, die Wappenbücher publizieren, ohne jede Erläuterung und ohne jede Hinweise auf Quellen und dergleichen. Zum Beispiel liegt mir ein Wappenbuch über Venedig vor, das um die 5000 Wappen enthält und das außer dem Wappen nur eine Geschlechtsbezeichnung enthält. Keine Quellen, kein nichts, gar nichts. Und das ist bei Venedig besonders kurios, weil es da Familien gibt, die 20 verschiedene Wappen haben. Und es wurde nicht gesagt, welche Familien zwei so einen Wappen hat. Seinerzeit fühlte sich der Haupt-Herausgeber, der Anfang zeigt, der Titan von Heffner, wahrscheinlich durch die Tyroffschen Wappenbände herausgefordert, die eben gerade in Bayern in großer Zahl erschienen. Und er wollte sicher da nicht kleinen Wein geben und er wollte mindestens was genauso Gutes schaffen. Und da hatte er eben die Idee, dass außer den Bildern und den Bezeichnungen der Bilder auch eben Erläuterungen gegeben werden und einerseits heraldisch, das heißt zum Beispiel erklärt wird, warum vielleicht ein bestimmtes Wappen eine bestimmte Form hat. Und historisch-genialogisch, dass also die genealogischen Hinweise kommen, zu wem, zu welcher Familie gehört das Wappen und welche Abfolge von Wappen hat die Familie vielleicht im Laufe der Zeit gehabt und so weiter. Also große Herausforderung ist der Ständige-Autorwechsel, denn der Herr von Heffner, der starb dann schon so nach zehn Jahren Arbeit und jemand anderes übernahm das Kommando und kann man sich ja vorstellen, dass im Jahr von 100 Jahren da mehrere Wechsel stattfinden. Wichtig war auch das verlegerische Risiko niedrig zu halten. Davon können ja auch heute Verleger noch viel erzählen. Das heißt, man setzte nicht auf Farbbilder, sondern auf Schwarz-Weiß-Bilder und wollte die mit Schraffuren schaffen. So, das ist so vielleicht so eine erste einfache Idee. Dass Leute uns überlegen, Emmert uns grundsätzlich zu unterhalten, was eigentlich ein gutes Wappenbuch enthalten sollte. Die alten Wappen, also die uraltesten Wappenbücher, die sich eigentlich Wappenrollen nannten, die enthielten praktisch nur die Wappen. Das heißt, nur bunte Bilder. Und der Wappenkenner damals, der kannte praktisch die Wappen alle und wusste sofort, wenn er ein Wappen sah, zu welcher Familie das gehörte. Der brauchte eigentlich nicht viel mehr. Allerdings bei den Engländern war es nicht unüblich, den genannten Personennamen anzugeben, weil in der Anfangszeit, also im 13., 12., 13. Jahrhundert, waren die Wappen eben zum guten Teil noch persönlich. Das heißt, in einer Familie hatte ich jedermann ein anderes Wappen. Und da konnte man ja schon ein bisschen durcheinander geraten. Und deshalb war da so eine Person auch schon interessant. Die Herolde selber, die die Wappen verwalten und alles wissen mussten, die konnten nicht unbedingt gut malen und gut zeichnen oder schnell gut zeichnen. Und die entwickelten sich mit der Zeit so eine Kurzbeschreibung, die sie auf ihre Handbücher, in ihre Handbücher reinschrieben und die ihnen dann schnell sagten, um welches Wappen es sich ging. Ja, und das Ganze ist ja in Flandern entstanden oder England oder Frankreich. Das sind so die Gegenden, aus der die Wappen überhaupt kommen. Und da gibt es das schöne Wort Blason, das auch für Wappen steht oder für eine Wappenbeschreibung. Und dieser Name hat sich schnell für die Beschreibung eingeblüht. Ich habe schon gesagt, dass also in einem guten Wappenbuch auf jeden Fall auch der Eigentümer stehen sollte. Man kann natürlich schon fragen, was ist wichtiger? Ist das Wappenbild, das schön und bunt und groß und alle Einzelheiten enthalten soll? Oder ist die Beschreibung, die gerade vielleicht das Besondere an einem Wappen noch mit ausdrückt? Oder ist es wichtig zu wissen, hier in diesem Buch ist auch ein Wappen von der und der Familie oder von dem und dem Menschen drinnen. Also insofern könnte man da überall gleich wichtige Sachen sehen. Wir heute sind überzeugt, dass Quellen ganz wichtig sind. Das war vor 100 Jahren noch keinesfalls so. Die Heraldik war wie die Kenialogie vor 100 Jahren noch eine Professorenwissenschaft in dem Sinne, dass wenn der Autor etwas sagte, jeder das zu glauben hatte. Und ein Zweifel an seinen Angaben, die verboten sich natürlich, ganz klar. Und ich denke mir, dass der Titan von Neffner sehr ungemütlich werden konnte, wenn man an seiner Expertise zweifelte. Wir heute wissen, dass auch der größte Gelehrte und auch Stalin ist ja bloß ein Mensch gewesen, wie wir alle wissen, auch sich irren kann. Und dass deshalb die Leser eines Buches nachschlagen wollen und prüfen wollen, ob denn da alles richtig ist oder ja vielleicht weiterforschen wollen, weil sie wissen, dass nicht alles, was am Ursprungsort gestanden hat, auch im Wappenbuch widerstehen wird. Und deshalb sind Quellenangaben natürlich ganz wichtig. Leider ist ja die die Genealogie und die Heraldik bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts ja noch eine Wissenschaft gewesen, wo es durchaus nicht unnormal war, keine Quellen anzugeben. Und das hat sich aber glücklicherweise geändert. Gut, wenn man so ein dickes Buch hat mit 500, 700 Seiten, dann kann man nicht alles durchblättern, um nach einer Familie zu suchen. Oder man kann nicht alles durchblättern, um ein bestimmtes Wappen mit einem roten Löwen und mit einem grünen, mit einem grünen Frosch zu finden, sondern es wäre gut, wenn man Hilfsmittel hat, wenn man beim Suchen unterstützt wird. Dafür, dafür hat es in den vielen Jahren manche Ideen gegeben. Wir wissen, dass wir mit dem Computer damit eigentlich schon ganz gut bedient sind und dass wir da wieder ein bisschen lässiger sein können. So, das nächste wären dann die Erläuterungen, die der von Häfner da eingebracht hat. Also es wäre natürlich toll, wenn man versteht, warum ein Wappen die und die Teile hat. Es ist ja ganz üblich bei Familien, dass man auch eingeheiratete Familie sozusagen berüchtigt. Wenn die Mutter berühmter war als der Vater, dann haben die Söhne das nicht verstanden, dass sie nicht auch so berühmt werden können wie die Mutter. Deshalb haben sie das mütterliche Wappen aufgenommen. Und das weiß aber der Herr Haldiger nicht immer und deshalb wäre gut, wenn sowas gesagt wird. Und in den Häfnerchenbänden ist es auch ganz kurios, wie er die verschiedensten Wappenobjekte, Figuren und so weiter versucht, im Namen des Wappenbesitzenden wiederzufinden. Wenn also ein Rabe auftritt, dann ist ihm ziemlich sicher, dass jemand aus Rabenburg oder Rabenburg oder so weiter kommt. Also das ist ganz interessant manchmal. Natürlich darf man nicht glauben, dass das immer richtig ist und manchmal ist es bloß ein netter Hinweis. Gut, dann haben wir Hinweise auf die Wappenhinhalter. Da soll also nicht jetzt bedeuten, nur den Eigentümer, sondern dass man weiß, wer in der Familie nun dieses spezielle Wappen als erster bekommen hat. Das heißt, der Name allein reicht nicht aus, sondern man muss etwa wissen, welche Zweige es in der Familie gibt und in welchem Zweig so ein Wappen innerhalb sitzt und vielleicht auch die Unterschiede zu den Wappen der anderen Zweige kurz angedeutet werden. Gut, interessant fände ich es auch, wenn auch erwähnt wird, mit welchem Wappen man so ein Wappen leicht verwechseln kann. Wenn man also glücklich ist, irgendein Wappen mit goldenem Löwen und grünen Frosch gefunden zu haben, dann könnte es frustrierend sein oder vielleicht doch hilfreich, wenn man erfährt, das gibt es schon dreimal. Dieses Wappen sieht zwar jedes Mal ein bisschen anders aus, aber guckt ihr auch die anderen Varianten an. Gut, typisch ist im Adelsbereich, dass die Familien mit der Zeit einen anderen Status im Adelsbereich bekommen, dass sie Titel dazubekommen oder Titel verlieren und dass dementsprechend oft sich das Wappen ändert. Und da ja etwa nach 100 bis 200 Jahren in der Wappengeschichte angefangen wurde, Wappen zu vererben, ist es schon wichtig, dass man die Familienstruktur kennt, damit man eine Vorstellung hat, ob die Person, nach deren Wappen man sucht, vielleicht ein Nachkomme irgendeines bekannten Wappeninhabers ist. Ja gut, und ein typisches anderes Konzept der Herr Reilig sind die Wappenfamilien, dass ganze Gruppen von Adlichen aus derselben Gegend kommen und zum Beispiel alle gemeinsam Brugmannen auf einer Burg waren und deshalb alle gemeinsam ein Wappen angenommen haben und sich so nach und nach dann in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Hier würde mich sehr freuen, wenn ihr überlegen würdet, ob das die einzigen Punkte sind, die man da anführen kann oder ob ich nicht vielleicht welche Sachen vergessen habe, die ein Wappenbuch und das ich arbeite ja gewissermaßen an Wappenbücher noch verbessern können. Gut, die typischen Ordnungen, die man so im deutschen Bereich stattfindet, das sind, dass die Wappen irgendwie geordnet wurden. Früher, als man keinen Computer hatte, spielte die Ordnung eine Riesenrolle, wenn man sich eben wieder die berühmten 500 bis 700 Seiten ansieht und überlegt, das Wappen stieß irgendwo auf Seite 350. Was könnte denn das Prinzip sein, dass es auf die Seite 350 gekommen ist? Und das könnte es dem sein, dass der Wappenautor zuerst alle Löwenwappen behandelt, dann alle Bärenwappen, also überhaupt alle Tierenwappen, dann vielleicht alle Vögelwappen und dann alle Wappen mit Kriegsgerät und so weiter. Also die Hauptfigur an so einem Wappen könnte also eine große Rolle spielen und die könnte nach Häufigkeit oder nach Alphabet angeordnet werden. Dann haben wir das Zweite, dieses Prinzip, das der Siebmacher anwendet, das also regional sortiert wird. Hier allerdings nicht Landkreisort, sondern nur damals nach den Bundesländern von Österreich oder vom Deutschen Reich und dass dann da entweder alphabetisch geordnet wurde oder nach Adelsklasse. Gut, also ganz einfach ist die Sortierung natürlich nach dem Besitzernamen, aber ganz klar, man muss den Besitzernamen kennen, um das Wappen finden zu können. Das heißt also, wenn man nur nach dem Löwen mit dem Frosch sucht, dann muss man eben doch alle 700 Seiten durchsuchen. Wenn man Pech hat, ist es auf der letzten Seite. Bei den Adeligen ist es häufig so, also viele Bände des Siebmachers sortieren landsmäßig und dann versuchen sie noch die Adelsklasse abzutrennen. Was auch nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man die Adelsklassen nicht kennt. Dann könnte man glauben, dass vor 150 Jahren jedem klar war, wenn man einen Wittelsbacher sucht, dass der unbedingt ein bayerischer Kurfürst oder König sein muss. Die anderen Adelsklassen, ob man Pfeilhangen nun immer von Grafen trennen kann, vor allen Dingen, wo das ja ein dynamischer Übergang sein konnte, da kann man schon zweifeln. Also ob da zu viel Hochachtung vor der höheren Klasse dahinter steht oder ob da wirklich ein entsprechendes Wissen dahinter steht, da kann man Zweifel haben. Na gut. Und schließlich kann man natürlich die ganzen Kriterien auch noch kombinieren. Wir heute würden da nicht mehr so einen großen Wert drauf legen, weil man eben das Buch jetzt möglicherweise mit Computerunterstützung benutzen kann und dann schnell und einfach das richtige Wappen suchen. Das ist immer noch nicht so ganz selbstverständlich und ich habe Wikis, drei Wikis kreiert, mit denen man Wappen über Kennzeichen suchen kann und dann kann man sie in den Büchern finden. So, jetzt kommen wir ganz konkret zu unserem neuen Siebmacher. Der neue Siebmacher sollte eben eine ganz neue Art von Wappenbuch sein. Und deshalb wurden die Bilder auch in diese Klassifizierung der Adelsklassen einbezogen. Das heißt, je nach Wichtigkeit, vermeintlicher Wichtigkeit der Geschlechter wurden den Wappen verschiedene Größen zugeordnet. Das heißt, Kaiser oder Könige oder Fürsten insgesamt wird ein viel größeres Wappen zugebilligt als einem Grafen. Und dem Grafen wird ein viel größeres Wappen zugebilligt als dem einfachen Artlichen. Das ermöglicht natürlich, dass man viele Details mehr dem Hochstehen darin zuordnen kann. Und wenn man sich die Qualität der Bilder anguckt, wird es bei den ganz kleinen Bildern eben doch auch schwer, Details noch zu sehen. Auf die Schwarz-Weiß-Abbildung war ich schon zu sprechen gekommen. Damals hatte man Steindruck verwendet. Man musste also die Bilder auf Steine malen mit Tinte und dann das entsprechend vorbereiten und daraus drucken. Das noch farbig zu machen, war um 1850 durchaus schon möglich. Man musste dann eben vier oder mehr Steine produzieren und die dann ganz sorgfältig übereinander drucken. Und das konnte schon funktionieren. Aber klar, die Bücher wären dann erheblich teurer geworden. So, dann war also ganz klar diese regionale Gliederung, die es ermöglichte, Kunden aus einer Gegend Deutschlands oder Österreichs anzusprechen, die sich nicht unbedingt den Rest aller, die alle anderen 100 Bände auch noch kaufen mussten. So, über die Klassen brauche ich nicht mal zu sprechen. Wesentliche Entscheidung war dann auch, dass man die Bildseiten von den Textseiten trennt. Das liegt natürlich wieder ganz dicht an der Produktion. Die Bildseiten wurden also mit Steindruck fertig, die Textseiten normal gesetzt und das würde, hätte ein, hätte ein Riesenaufwand bedeutet, die Bilder in die Texte hineinzubringen. Wäre möglich gewesen, auch damals schon, aber wäre eben teurer geworden. Die Bildseiten sind auch auf Pappe gedruckt, während die Textseiten auf Papier sind und auch das wird dann natürlich zu einer ganz anderen Art des Buches geführt. Man hat versucht, die Texte mit den Bildern zu verklammern. Das heißt also, auf den Tafeln steht der Name des Wappeninhabers und im Text steht eine Tafelnummer zum Beispiel. Aber ich denke mal, es geht auch jungen Leuten so, mir älterer Personen geht es mir so, dass ich einen Text lese, will das Wappen sehen und beim Blättern von 50 oder 100 Seiten vergesse ich den halben Text. Ich blättere wieder zurück und vergesse das Bild und blätze wieder zum Bild hin und habe vergessen, dass ich da das Detail nachgründen wollte und so weiter. Das heißt also, dass ein Riesenproblem diese Entfernte, diese Entfernung zwischen Text und Bild. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich ändern will. Denn ich glaube, viele der Probleme, die wir haben, die gerade darin bestehen, dass die Bilder oft nicht den Texten entsprechen. Und ja, man weiß nur nicht, was falsch ist, Bild oder Text. Die bringen natürlich ein Riesenproblem, insbesondere dann, wenn man noch nicht mal Quellen angegeben hat. Wie soll man herausfinden, ob Text oder Bild richtig ist? Das ist ein großes Problem des aktuellen Diebmacher. Gut, ganz große Bedeutung für die Autoren spielt die regionale Vollständigkeit. Das heißt also, sie haben einen ganz großen Teil ihrer Arbeit damit zugebracht, überhaupt regional alle Adelsfamilien zusammenzusammeln und von diesen Familien mehr zu erkunden. Und das für die vielen Länder. Dann haben sie das noch versucht zu trennen in lebende Familien und in abgestorbene Familien. Und dadurch war natürlich erstmal überhaupt die Zusammenstellung der Personenlisten oder der Familienlisten schon ein erster riesengroßer Ansatz oder großes Ziel, das erfüllt werden musste. Gut, und hier unten steht dann die Art, wie dieser regionale Bezug nun umgesetzt worden ist. Denn die vielen Autoren, die mindestens 50 Autoren, haben das ganz anders gesehen. Manche haben die Zuordnung nach der Herkunft gemacht. Bei vielen Familien ahnt man ja, wo sie herkommen und könnte die ganzen Familien, Familien, die aus Thüringen stammen oder die, die aus dem Rheinland stammen oder die aus Bayern stammen, in ein Band bringen. Andere aber verstanden das so, dass man die gerade in dem Land 1860 oder 1880 oder 1890 lebenden Familien anspricht. Das hatte natürlich schon Sinn, wenn man an die Käufer dachte. Aber führte dann zu der verrückten Idee, dass auch wenn einer Familie bloß ganz kurz mal in einem Land gelebt hat, man anfing, die in diesen Band zu bringen. Und der Steierberg-Band ist da so ein besonders hervorsteckendes Beispiel. Da hatte der Autor anscheinend Hause gekriegt, dass sizilianische Familien mal ganz kurz in der Steierberg waren. Und jetzt hat der angefangen, die riesigen Familien der Carafa und der Caraccioli in diese Bände aufzunehmen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, die Österreicher waren sowieso ganz verrückt in Bezug auf die Unterbringung der Genialogie in den Wappenbüchern. Die haben also versucht, komplette Genialogien der Familien hier einzubauen. Das wären dann 50 Seiten Caracciolo und nochmal 50 Seiten Carafa gelesen im Band über der Steiermark. Also das ist schon ein bisschen absurd. Aber wenn in einem Bundesland zum Beispiel ein Rittergut besessen worden ist oder wenn man lokaler Mitglied eines Landtags war, dann war das vielleicht doch schon ein durchaus akzeptabler Grund, um so eine Familie in einem Band aufzunehmen. Wenn man nun die Siebmacher Bände sich anguckt und hier haben wir das Problem, dass vermutlich so gut wie kein Leser sich alle Bände angucken kann. Das normale Benutzung ist ja ein Nachschlagewerk. Das heißt also, man sucht einen Wappen, man findet das Wappen, man schlägt das Bild nach, haut das Buch in die Ecke und ist zufrieden. Wir haben ja gehört, dass viele Wappenbetrüger das so machen, dass sie einen Namen suchen, zwei Seiten weiterblättern und dann das entsprechende Bild nehmen. Das muss aber natürlich beim Entwerfen oder beim Machen der Strategie für den Siebmacher berücksichtigt werden. Wie wird dieses Buch wahrscheinlich doch benutzt? Wenn wir die Bücher angucken, also 101 Wände und die Wände teilweise über 700 Seiten dick, dann kann man schon sagen, also da ist enormes Material zusammengebracht worden. Die Bilder hinten sind eigentlich auch weitgehend sehr schön und beeindruckend in der Qualität. Dann und wann, wenn man ganz genau hinguckt, jetzt bei der Vergrößerung, sieht man eben, dass die Federn, die damals benutzt wurden, eben doch durchaus die Tinte lustig herumspritzen und dass es dann doch auch kleine da Abstriche in der Qualität zu machen sind. Die Texte unterscheiden sich stark von Band zu Band. Wie ich schon im Falle von Steiermark ausgedrückt habe, sind insbesondere die österreichischen Bände in stark Betonung der Heraldik verfasst worden, während in Deutschland die Heraldik, die Genialität teilweise völlig zurücktritt. Der von Hefner, eigentlich ein bayerischer Spezialist könnte man sagen, wusste aber in Wirklichkeit gar nicht so viel über die bayerischen Geschlechter und deshalb ist oft überhaupt nichts da drin oder wenn dann Sachen, die er vermutet hat, eher nur. Das heißt also, damit haben wir schon mal große Unterschiede in den Texten, die von heute völlig überholt bis sehr gut und fast unverändert übernehmbar qualifiziert werden können. Diese Gewichte, Heraldik-Genealogie, die darf man nicht beliebig unterschiedlich machen. Das sollte wohl klar sein. Bei einem Wappenbuch müsste die Heraldik führen und die Genealogie muss dienen. Die Genealogie sollte dienen, um zu erklären, wie die verschiedenen Wappeninhaber einer Familie zusammengehören und eben bei Wappengeschlechtern, wie die zusammengehören. Das wäre da interessant, aber komplette Genealogien gehören eigentlich nicht herein. Was für die Siedmacherbände auch noch wichtig ist, dass erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine heraldische Thermologie ausgearbeitet worden ist und am Anfang, also auch schon in der Mitte, also 1850, die keinesfalls festgelegt war. Der von Hefner benutzte also durchaus bayerische Wörter, die in Deutschland sonst wohl kaum benutzt worden sind und hatte ja auch sehr viele Einwilligkeiten. So, hier hat mich ja ganz früh erregt, das Tinkturproblem, dass also Farben und Metalle ganz unterschiedlich beschrieben werden, benannt werden in den Bänden. Und insbesondere kann man ja durchaus mit Grund sagen, dass die Entscheidung, die Straßenkreuzung oder diese Note, das Notensymbol, dass man das für die Bezeichnung der schwarzen Farbe benutzt, dass das nicht gut ist, dass man in Buchstaben benutzt werden sollten. Und in diesem Abwägungsproblem befanden sich die ganzen Autoren. Jeder Band benutzt für die Farben und die Tinkturen andere Bezeichnungen, insbesondere Silber, hat so ein besonderes Problem. Silber wird mal Silber, mal Weiß, mal S, mal SI und weiter Teufel bezeichnet. Und es ist sogar innerhalb eines Bandes so, dass die Autoren da herumgehen. Im Nachhinein kann man sich fragen, warum diese Fokussierung auf den einzelnen Buchstaben für die Deutschen so wichtig ist und ob es nicht zwei Buchstaben, wie es die Engländer und Franzosen machen, auch ganz gut wäre. Die Quellenangaben in den Bänden sind also verrückt. Und ich habe beim oberflächlichen Durchsehen durch die Bände festgestellt, dass vermutlich der Mährenband der beste Band ist, wo die besten Quellenangaben zu finden sind. Jetzt bin ich gerade dabei, den badischen Band zu verarbeiten. Und da ist es so, dass auf den ersten Blick die Quellenangaben vorbildlich sind. Wenn man aber dann genauer hinguckt, sieht man, dass, sagen wir mal, unter sechs Quellenangaben an einem Artikel drei reine Namen sind. Das heißt, da gibt es irgendwelche Personen, die Tipps gegeben haben. Dann sind eine Angabe, ja, geht auf frühere Siegmacher Bände und dann haben wir vielleicht noch zwei Angaben über ein Archiv in dem Punkt, was liegt. Also das heißt, von allen sechs Literaturangaben kann man in diesem Falle also nichts gebrauchen. Es gibt aber glücklicherweise ein, zwei gute Basisliteraturen in Baden, die dann doch häufiger auftauchen. Also Quellenangaben können völlig unbrauchbar sein. Sie können völlig fehlen, wie bei vielen Titern von Hefnerbänden oder sie können eben sehr hilfreich sein. Die Genealogien sind mit eurem heutigen Wissen teilweise extrem schwach. Sie fehlen ja auch, wie ich schon gesagt habe. Aber man darf nicht vergessen, das ist ja alles vor 170 Jahren gemacht worden und für den damaligen Stand war das möglicherweise sogar Stand der Wissenschaft. Wir können uns jetzt bequem zurücklesen und können das Adelshandbuch oder das Adeldexikon des genealogischen Handbuchs hernehmen und da sind wir ziemlich gut bedient. Obwohl nicht optimal, aber eben doch ziemlich gut. Und inzwischen ist ja auch sehr viel publiziert worden und viele Familien haben komplette Publikationen vorgelegt, sodass also diese Schwäche doch verziehen werden sollte. Aber wir haben das Produkt für uns und das Produkt wollen wir benutzen. Und wenn wir gar keinen Hinweis haben, dann ist man nicht glücklich. Gut. Hier kommt jetzt ein kritischer Punkt. Die ideologische Kommentierung. Und Sie werden sich fragen, ja was soll denn das? Ja, ganz einfach. Der erste Hauptautor, der Titel von Hefner, hier war ganz fest der Meinung, dass er als Einziger in ganz Deutschland weiß, was heraldig ist und dass er nur Recht hat. Und er hatte auch eine völlig andere Ansicht von heraldig, denn er war der Meinung, alles was heraldig, nee, herolde wissen müssen, das ist heraldig. Das bedeutet also, sie müssen über Wappen Bescheid wissen, sie müssen über Genealogien Bescheid wissen, sie müssen über Prozeduren an Königs- und Fürstenhöfen Bescheid wissen, sie müssen wissen, wie man was vererbt, sie müssen wissen, wie eine Belehnung auszuführen ist und alles. Also praktisch eine komplette Adelswissenschaft, würde man vielleicht heute sein. Und das hat dazu geführt, dass er rigoros Wappen als schlecht bezeichnet oder Wappen extrem lobt oder sie aus anderen Weisen ändert. Ja, er hat also die Freiheit sich genommen, einfach Wappen zu ändern. Er kombiniert einfach irgendein hergenommenes, bekanntes Grund- oder Stammwappen mit einem neuen Helmzieher und meint, das könne er publizieren, ohne den Hinweis zu machen, dass das Ganze von ihm stammt. Also das ist natürlich überhaupt nicht tauglich, sowas. Und man muss allerdings hier einräumen und das ist meine persönliche Vermutung, dass das alle Wappenbuchproduzenten schon immer gemacht haben. Das heißt also, dass praktisch alle Wappenbücher, die jemals publiziert worden sind, weitgehend von Autoren bestimmt worden sind, auch inhaltlich, formal und dass man der Überlieferung in keiner Weise trauen kann. Das ist ja der Grund, weshalb wir nach Quellen fragen. Die regionale Vollständigkeit wurde teilweise erreicht, aber nicht überall. Allein, wenn man sich das Wappenbuch von Frankfurt ansieht, dann weiß man, das ist völlig ungenügend. Und den absoluten Tiefpunkt erreichen wir mit Hamburg, wo der berühmte Herr Gritzner tatsächlich ein Adressbuch von Hamburg hergenommen hat. Er hat sich alle Familien rausgeschrieben, die ein Von führten, war der Meinung, das sind Adlige. Und dann ist er an die Familiennamen gegangen und hat geglaubt, alle Leute mit dem gleichen Namen haben dasselbe Wappen. Also es ist praktisch fürchterlich, was da produziert worden ist. Und überall natürlich gibt es schon kleine Probleme. So, dann kommen wir weiter. Den Stil. Ist ja klar, dass völlig verschiedene Autoren, wie Hefner oder Seiler, dass sie einen völlig verschiedensten Stil haben, Wappen zu beschreiben. Und das ist eben ein Stil, hauptsächlich gewesen, den man bei Thomas Mann wiederfinden kann. Der beliebte deutsche Versteckspiel-Schreibstil, der das Wichtigste im letzten Wort unterbringt und am Anfang praktisch nur vor Geplänkel macht. Was aber für den eiligen Leser absolut tödlich ist. Ich meine, das Wichtige muss am Anfang stehen und nicht erst am Ende. So, hier habe ich mal so eine genealogische Beschreibung gebracht aus dem Band 21. Das ist Bayern von Hefner. Hier also so ein noch gutes Beispiel, denn wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Wir müssten nicht unbedingt informiert werden, dass es noch nicht viel mehr andere gibt. Das ist vielleicht nicht interessant, aber dass es altbayerisch, turnierfähig ist, dass es Erbkammer waren, dass sie den Freihandstand gekriegt haben, ein Grafendiplom haben und so weiter. Das ist interessant und gehört ja da auch hin. Und so sollte das im Stil überall sein. Leider ist es eben nicht sehr geil. Hier habe ich versucht, jetzt durch Strukturhinzufügung das Verständnis zu verbessern, indem ich das aufgliedere in das Herkunftsgebiet in eine Klassifizierung des Geschlechts und dann eine Skizze der Geschlechtergeschichte, dann eine Zeitangabe, in welcher Zeit kann man überhaupt Wappen von diesem Geschlecht erwarten, halte ich für sehr wichtig, dass man nicht in alten Büchern fühlt, wo das Geschlecht gar nicht auftauchen kann. Und natürlich dann eine brauchbare Literaturquelle, hier in diesem Falle das Adelslexikon, in dem man auch gute Literaturangaben bekommt und ja, eine ziemlich gute Beschreibung. Also ich habe es eben einfach, ganz klar, im Unterschied zum Van Heefner dem stand, dass großartige Adelslexikon nicht zur Verfügung. So, jetzt, um mal vorzusehen, ich will diese Bücher nicht schlecht machen. Wenn man sich überlegt, was 1850 möglich war, wie konnte der arme Van Heefner nach Frankfurt fahren, 1850, wie konnte er mit Hamburg Kontakt aufnehmen? Es gab kein Telefon, er musste Post benutzen, die Post fuhr mit der Postkutsche. Gut, manchmal war vielleicht innerhalb einer Woche sogar eine Post von Hamburg nach München möglich. Aber jedenfalls war da, war einfach von den Voraussetzungen, war viele Hemmungen da eingebaut und dass man das trotzdem bewältigt hat, ist einfach lobenswert. Dennoch können wir ja jetzt ganz locker sagen, ja, da gibt es einfach ein Problem. Wir haben ein Band 10, da gibt es ein fürstliches, kreusches Wappen und wir haben ein Band 11 und da wird ein völlig anderes Wappen dargeboten. Das kann doch nicht sein. Warum? Warum ist das der Fall? Hier haben wir mal die zwei Bilder. So, und wir erkennen eben, obwohl die Überschrift ja in beiden Fällen dieselbe ist, zwar anders gesetzt, aber es ist dieselbe, ist das linke schlicht falsch und das rechte ist richtig oder richtiger, sagen wir mal vorsichtig. Das linke ist eben das Stammwappen und das ist einfach hier in ein Wappenzelt hineingestellt. So kann man das natürlich machen, um die Bedeutung des Wappens zu erhöhen, aber richtiger wird das Wappen dadurch nicht. Und das lag eben daran, dass von Heefner über die Kreuz eigentlich gar nichts wusste und trotzdem den Mut hatte, den Fürstenband anzufangen. So, und das Gipfelpunkt, mehr will ich dazu zum Thema nicht machen. Ich will, wie gesagt, die Bücher nicht schlechter machen. Ich bewundere die, das Werk ist das Wappenreichmann. Das Wappenreichmann, das ist im Band 101 und ich kann mir nur vorstellen, dass da jemand einen Kundigen in das Adelsarchiv nach Wien geschickt hat und der hat sich das aufgeschrieben. Also auf dem Wappen sind Sparen drauf, dann gibt es einen Stern und einen Mond, darunter jeweils Anker und Stern. Dann spielen ein Festungsgrundriss in der Rolle und brennende Bomben. So, und das hat der Autor des Bandes 101 versucht zu verstehen und Sinn daraus zu machen. Ja, die Beschreibung sieht ziemlich kurz aus, aber ist schon sehr kurios. Wenn man jetzt das Bild hernimmt, das ich gleich zeigen will, dann ist es auch etwas völlig anderes. Das Wappen ist geteilt und oben und unten ist jeweils ein Sturzsparen. So, und die Sturzsparen nun sind sozusagen benutzt, um Festungsecken zu symbolisieren. Da sind also die Festungsgrundrisse. Die Sturzsparen sind die Festungsgrundrisse. Und die sind dann belegt, entweder mit Bomben oder mit Kanonen. Und dann in das, in den Sparen hinein ist natürlich noch irgendwas hineingesetzt. So sieht das Ganze aus. Und wenn man sich die zwei Sachen vorstellt, dann sieht das natürlich völlig verschieden aus. Und das rechte Bild ist farbig. Das ist direkt aus Wien, während das Linke also aus den Siebmachern ist. Man erkennt also natürlich, dass das schlicht Blödsinn ist, was da im Siebmacher abgebildet worden ist. So, das soll kein Vorwurf sein an die Autoren, aber ein Vorwurf an uns, dass sie uns das so lange haben bieten lassen und dass wir nicht reingegangen sind, das Ganze verbessert haben. Dies war der Grund, dass ich versucht habe, ja, an Besserung zu sind. Natürlich ist klar, dass 100 Bände neu zu schreiben eine wahnsinns Herausforderung sind und dass man Furcht davor hat. Noch dazu, wo ja das Gesamtprojekt doch irgendwie bis in die 40er Jahre weiterlief. Aber ich habe eben mein WW-Personensystem dahinter und ich brauche ein gutes Wappenbuch. Ich will eben allen Benutzern meines Systems die Suche nach Wappen ermöglichen, dadurch, dass sie mit heraldischen Fachbegriffen suchen können. Und dazu brauche ich eine richtige fehlerfreie Grundlage. Und ich habe erkannt, dass die Grundlage, mit der ich bisher die Wappensuche ermögliche, dass die zu schwach ist, weil das eben die alten Beschreibungen aus den alten Bänden sind. Die Beschreibungen müssen vor allen Dingen einheitlich sein, in dem Sinne, dass Silber oder wie auch immer das Symbol für Silber ist, in allen Bänden gleich bezeichnet wird. Und wenn ich bei den Geschlechtern mich zurechtfinden will, möchte ich überall was Ähnliches lesen. Das heißt, ich möchte wissen, ob sie freihand geworden sind, wo sie etwa wohnen und ob sie noch leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diesen letzten Punkt, den bietet noch nicht mal das genealogische Handbuch des Adels, das Adelswechsel. Das heißt also, dort erfahre ich nicht, ob eine Linie oder ein ganzes Geschlecht inzwischen schon ausgestorben sind. Was natürlich für die Wappensuche und den Kontakt der Familie oder Ähnliches schon mal sehr wichtig ist. Ansonsten aber ist das Adelswechselkorn natürlich hervorragend. Und man könnte sogar fast sagen, das Adelswechselkorn ist ein Konkurrent. Es hat 16 Bände und bietet in diesen 16 Bänden eine unglaubliche Masse von Material, die man ernst zu nehmen hat, wenn man versuchen will, über den Siebmacher zu reden. Also das muss berücksichtigt werden. Glücklicherweise hat es Schwächen. Das ermöglicht es, besser zu werden. Gut, der nächste Punkt war, dass ich mir überlegte, wie ich will erstmal überhaupt feststellen, welche Fehler in den Siebmacher-Bänden da sind. Und da sich stören uns natürlich am allermeisten die Unterschiede zwischen Bildbeschreibung und Bild. Diese Fehler sind fürchterlich, weil die, ja, das war dann völlig in Frage stellen. Und das kann man sogar weiter sagen. Also nach der Lektüre der Siebmacher-Bände, die ich bisher gesehen habe, muss man ganz klar sagen, die gesamte deutsche Heraldik schwimmt. Das heißt, es gibt gar keine Grundlage und alles ist offen. Und erst, wenn man die ganzen vergessenen Quellen eingebracht hat, bekommt die deutsche Heraldik wieder auf eine akzeptable Grundlage. Es ist mit der Genealogie gar nicht so viel anders. Dadurch, dass über Jahrhunderte quellendose Publikationen produziert worden sind, schwimmen wir auch ganz schön. Glücklicherweise gibt es den Unterschied zwischen Heraldik und Genealogie und das sind die Kirchenbücher. Die Kirchenbücher sind nicht hundertprozentig sicher, aber doch um 90 Prozent kann man sicher sagen. Und das heißt, da gibt es einen Bereich, wo man auf sicherem Boden geht. In der Heraldik kenne ich so eine sichere Grundlage nicht. Die gibt es nicht meiner Überzeugung nach. Gut, der nächste Punkt ist natürlich, wir wollen, wenn wir die Quellen haben, wollen wir wissen, wie wir die Quellen erreichen. Wenn also irgendwo ein Siegel die Quelle für einen Wappen ist, dann wollen wir wissen, an welcher Urkunde dieses Siegel hängt und wo dieses Siegel sich befindet. In welchem aktuellen Archiv liegt das Siegel. Wir haben das Riesenglück, dass das Adelsarchiv in Wien zum großen Teil inzwischen erreichbar ist und viele, viele von den Wappen, die wir gerade suchen, können man ganz schnell finden. So wie wir das gerade eben bei dem Reichmann Wappen gesehen haben. Die Wappen sind farbig, sind original aus den Wappenbüchern und helfen ungemein bei der Bereinigung von Fehlern. Wir haben natürlich auch einige kleine technische Aspekte, denn Bilder sollen ja in dem Wappenbuch wieder sein und die Bilder in den alten Siebenhaben sind eben doch leider ein kleines Problem. Sie sind nämlich doch farbig. Das überrascht jetzt vielleicht, wenn wir untereinander wären und nicht die Bücher herumgehen könnte, dann würde das jeder sehen. Aus irgendeinem Grunde, den wir bis heute nicht erkannt haben, hat man die ganzen Bilder rosa oder gelb oder beige überdruckt. Warum, das weiß ich nicht. Und diese Farben wollen wir weg haben, damit wir reine schwarz-weiß Bilder haben, die ja völlig ausreichen. Dazu ist ja die Schraffur da. Diese rosa-rote oder orange kann man nicht sagen, also so eine Mischung zwischen rosa, rot, beige und braun ist da eben drüber. Und es ist ganz klar, dass die drüber ist, denn es gibt Stellen, wo die Bilder auseinandergeraten sind und da sieht man die Lücken in dieser Überdrückung. So, also die Bilder müssen alle separiert werden und teilweise aber auch von dem speziellen Exemplar, das man hat. Und das ist ja im Laufe der 120 Jahre Dreck draufgekommen und der Dreck muss auch weg. Zweitens haben wir die großen Tafeln, auf denen 16 Wappen gleichzeitig drauf sind und wenn man sich vorstellt, dass man 60.000 oder sagen wir mal 50.000 Wappen separieren muss, 50.000 durch 16, das dürfte umgekehrt ungefähr bei 3.000 liegen. Dann haben wir also 3.000 Tafeln zu separieren, in laut, in 16 Teile jeweils. Da ahnen wir schon, dass wir alleine für diese Bildseparierung ja auch brauchen. Gut. Wir wollen zunächst bei der Bandstruktur bleiben. Das ermöglicht die besser die Vergleichung, die Kontrolle mit den alten Bändern. Solange das nicht alles aus sicheren Tüchen ist, soll die Bandstruktur enthalten bleibt. Später könnte man sich eine alphabetische Aufteilung, so wie das im Adelslexikon ist, durchaus vorstellen. Die Bilder aber sollen direkt zur Beschreibung, damit die Fehler jedem sofort sichtbar werden. Die Fehler sollen auch in den Beschreibungen extra angemeckert werden. Alle Bände sollen einheitlich beschrieben werden, also keine zehn Stile. Ich beschreibe alles und mit dem Beschreiben geht es eigentlich ganz gut. Wir wollen das Gewicht zwischen Genealogie und Heraldik so setzen, dass die Heraldik den Vorrang hat. Und dass nicht mehr als eine halbe Seite Genealogie eingebracht wird. Wenn, dann Strukturzeichnungen. Also das heißt Bäume oder Tafeln. Da hat man ohnehin einen schnelleren Überblick über ein ganzes Geschlecht. Und man kann da auch Nummern einbringen und andeuten, welche Person welches Wappen hat. So, bei den vielen Wänden ist ja ganz klar, dass manche Geschlechter auch in mehreren Wänden rankommen. Es muss jetzt also eine Stelle geben, wo man die Hauptbeschreibung für dieses Geschlecht hat und die anderen Bezugnahmen darauf sind. Oder einfach plus Kopien. Und sodass man dann Arbeit und Lesezeit und so weiter spart. So, dann soll natürlich die Geschlechtbeschreibung modernisiert werden nach der neuesten Kenntnis. Das bedeutete gerade im Falle Baden, dass viele, viele Geschlechtergeschichten einfach ignoriert wurden, weil sie unsinnig sind. Also so ein ganz besonderer kurioser Fall, der mir da einfällt, dass doch tatsächlich in Baden noch die Idee glaubt wurde, dass die Familie La Roche-Starkenfels aus Südfrankreich stammt. Was natürlich Blödsinn ist, sondern das ist eine Genfer Familie, die im Dreißigjährigen Krieg groß geworden ist und einen französischen Familiennamen angenommen hat. Gut, der Zeitraum für die Geschlechter, den halte ich auch für sehr wichtig, damit man weiß, wann ein Geschlecht ausgestorben ist. Also auch die Strukturen also nach viralischer Notwendigkeit. Im Grunde könnte man sagen, für eine Familie, die immer nur dasselbe Wappen benutzt hat, brauchen wir auch nicht alle Personen aufzuführen. Und wir brauchen auch nicht jetzt jedes Zweig oder jeden Ast, sondern da reichen vielleicht die auch schon hin. Dagegen eine Familie, die sich stark aufgefächert hat und überall ein anderes Wappen führt, wie das bei diesem venezianischen Geschlecht so wäre, von dem ich gesprochen habe, da lohnt sich natürlich die komplette Stammtaschel vielleicht und man sollte dann auch mehr bringen. Die Quellenangaben müssen natürlich alle geprüft werden. Und das Verrückte ist, dass ja die Autoren diese Objekte alle in der Hand haben. Ich bin ganz fest überzeugt, dass Titan von Heffner und unser Magdeburger Autor, dass die alle Urkonten auf dem Schreibtisch hatten und alles, jedes Wappen auch wirklich gesehen haben. Die waren natürlich mit mir verglichen absolute Hereiniger. Ich bin ein Neulehrling, ein Neuling und will mich überhaupt nicht über die stellen. Aber wir wollen ja jetzt prüfen können und wir brauchen also wirklich die Urkunden, an denen das Wappen als Siegel gehangen hat. Gut, ein wichtiger Punkt ist noch die impliziten Wappen. Viele, viele Wappen haben wir ja schon gesehen, enthalten Wappen von anderen eingeheirateten Familien. Aber es kann auch sein, dass Territorium ins Wappen aufgenommen wurden. Im Falle von Komm Königtum Sachstum oder den Kuhfürstentümern Sachsenburg ist es ja sogar so, dass, und das ist auch in vielen anderen Fällen so, dass Wappenteile existieren, die die Sachsen nie besessen haben. Das sind eben sogenannte Anspruchswappen. Also die haben mit der Familie eigentlich gar nichts zu tun und das muss aber doch irgendwo erwähnt werden. Sonst sucht jemand nach den Teilen und läuft völlig in die Irre. Also das heißt, diese Teilwappen müssen alle benannt werden und müssen erklärt werden, wie sie so auf das umfassende Wappen drauf kommen. Gut, und das haben wir schon angedeutet. Wir wollen zunächst in der Anfangsphase alle Fehler in der Bildbeschreibung und im Bildaussehen explizit machen, damit wir eben beim Suchen der Siegel darauf aufmerksam gemacht sind und diese Unterschiede prüfen, um zu klären, wie das Wappen wirklich ausgesehen hat. So, diese Strukturen werden also das ganze Buch durchziehen und sollen insbesondere auch die Geschlechter in Ordnung bringen. So wie wir das vorhin am Beispiel gesehen haben, wir wollen also Herkunft, Geschichte, nachweisbare Lebenszeit, Bandbezug, Literatur. Bandbezug bedeutet, warum ist ein bestimmter Band eben nach Baden gekommen und ist nicht in Steiermark geblieben, wo sie hingehört. Und wenn dann steht, ja, sie besaßen das Rittergut, ja, Baden-Grün oder so, dann haben wir eine Erklärung dafür. Also der Bandbezug ist ganz wichtig, glaube ich, um eben sich zurechtzufinden und um über eine mögliche Neukonfektion nachzudenken. Bei den Wappen ist es so, dass ich jedes Wappen mit einer separaten Bezeichnung kreieren will, sodass man in Zukunft ganz genau weiß, wenn man eine bestimmte Nummer sagt, das ist das Wappen sowieso. Nummer soll hier nicht bloß Zahl bedeuten, sondern Wappenfallnummer ist also eine symbolische Bezeichnung für jedes Wappen, das in einem Siebmacherband steht. Natürlich steht die Quelle an zweiter Stelle, das ist klar. Dann kommen wir zum Schild und der Schildbeschreibung. Dann separat die Helmzahl, man könnte sagen, das braucht man nicht. Das steckt ja in den Helmziehern drin, in die Gliederung, aber es erweist sich eben doch als hilfreich beim Erstellen des Ganzen und bei der Fehlerkontrolle. Die Kronen, die auf den Helmen drauf sind, betrachte ich als Teil der Helmzieher. Das muss durchaus nicht sein und es kann sein, dass der Heft hier Widerspruch gibt. Rietstab jedenfalls macht das nicht so. Rietstab spricht bei den Kronen nicht von Helmziehern, sondern erwähnt bei den Helmen immer gleich, dass es eine Chasse Koroné ist und dann weiß man, dass es also ein Helmkrone drauf ist. So, dann kommen die Decken, die ja ein Kapitel für sich sind. Es gibt viele, viele leicht verständliche Decken, aber es gibt sogar vier Decken aus vier Farben. Gut, aber ansonsten sind bei den Decken sind ja einfach irgendwelche Flattertücher, werden da benutzt oder ganz fürchterlich, künstlerisch verschraubte Bilderchen, die man uns staunen kann. Gut, Schildhalter spielen natürlich eine Riesenrolle. Ursprünglich in der Herr Reilig natürlich gar nicht, aber so nach und nach wollte man natürlich die Wappen immer mal ausschmücken. Und dann Wahlsprüche. Hier fehlen jetzt natürlich die Kreis. Also auf den französischen oder flanderischen und auch auf englischen Wappen, glaube ich, hat man eben das Kriegsgeschrei. So einiges schlechtes auch. Wenn die also die Familie, die Brüder und Vettern, die standen eben alle im selben Heeresteil und wenn die gemeinsam angriffen, dann brüllten sie irgendwas. Zum Beispiel der Schrei Brabant, Brabant, der ist mir im Kopf geblieben und das wird dann hier auch aufgenommen. So, dann haben wir, es kann sein, dass auf einem Schild kein Helm drauf ist, sondern kurz und knapp einfach bloß eine Krone. Das könnte sein, ein Graf macht eine Grafenkrone drauf, ein Freihand eine Freihandkrone und so weiter und das muss natürlich erwähnt werden. Ja, und dann kommen wir noch zu den Anmerkungen, die zum Beispiel die herrhaltlichen Erklärungen sein können. So, jetzt kommen wir natürlich zu einem kitzeligen Punkt. Wir haben jetzt erkannt, das Adelslexikon des GHDA ist Konkurrent, aber wichtige Quelle. Ohne dieses Adelslexikon hätten wir ein riesen Zeitproblem und würden wahrscheinlich in 20 Jahren keine Neuausgabe hinkriegen. Aber mit dem Adelslexikon kommen wir doch vernünftig auf einen guten Grund, der leider nicht das Optimum ist, aber doch eben hinreichend gut. Das Buch ist nun leider auch schon wieder bejaht. Sehen Sie, 17 Jahre alt ist der letzte Band. Also, das heißt, das ist nicht mal neu, was da drin steht, muss man leider erkennen. Dann ist es in der Zeit begrenzt. Es ist eben nur 19. bis 20. Jahrhundert. Also, das muss man ganz schar sehen. Das ist eine starke Einschränkung. Die Literaturhinweise sind typischerweise großartig. Aber nun haben wir ja gerade gehört. 17 Jahre fehlen schon. Also, da haben wir ein Problem. Das müsste nachgetragen werden. Die Wappenbeschreibungen, die da drin sind und die Bilder sind sehr interessant und müssen eigentlich immer verglichen werden mit den Siebmacherbildern. Wir können zurücklesen und sagen, Siebmacher ist besser, aber das sollten wir nicht. Wir sollten ganz bescheiden das Optimum erzeugen wollen. Die Geschlechterstrukturen sind leider im Adelslexikon völlig ungenügend. Man hat einfach die Sache so gemacht, dass man die Anfangspersonen sehr gut schildert und dann den aktuellen Zustand. Und alle Zweige, alle Stämme oder was auch immer jetzt heute noch lebt, die werden einfach als Häuser bezeichnet. Zack. Und das ist es dann. Und die Verwandtschaft zwischen diesen Häusern kommt völlig ungenügend zum Ausdruck, sodass man die heraldisch wichtigen Sachen, welche Wappen sind nun eher zeitlich miteinander verbunden und welche sind weiter weg, kann man damit nicht klären. Wir brauchen die Geschlechterstrukturen. Und da reicht das Adelslexikon nicht. Und ich kann euch verraten, dass hier meine Hauptarbeit liegt. Alles andere, also die Beschreibung, das geht ziemlich schnell. Und natürlich so Adelslexikon abschreiben geht auch ziemlich schnell. Aber die Geschlechterstrukturen zu finden, das ist ein riesen Problem. Und wird die Qualität der ganzen Bücher entscheidend beeinflusst. Dann finde ich es natürlich auch völlig unpassend, dass das Adelslexikon gar keinen Hinweis auf ausgestorben Geschlechter gibt. Man könnte im Sinne des Adelslexikon einführen, so manches Mal hat man sich da schon gehört. So manche Familie wurde schon als ausgestorben geschildert und dann plötzlich fünf Jahre später meldet sich jemand und kann beweisen, dass er dazu gehört. Also das räume ich natürlich ein, aber kein Buch kann völlig richtig sein. Und ein Hinweis, wenn man sagt, wir können es nicht nachweisen, dann ist man da aus dem Problem. Es gibt aber auch viele sachliche Probleme, weil eben auch das Adelslexikon eigentlich von verschiedenen Autoren erstellt worden sind. Und diese verschiedenen Autoren, die alle ihre Familienworte, Familienvorworte einst in die Adelswende eingebracht haben, die wurden nämlich benutzt, um das Adelslexikon zu bauen. Und zum Beispiel bei den Reichsritterschaften geht das lustig durcheinander. Also ob nun Mittelrhein eine Reichsritterschaft ist oder ein Kanton in der Rheinischen Ritterschaft, das ist überhaupt nicht klar. Und welche Rolle die, ja, zum Beispiel das preisgauische Ritterschaft oder die elsässische Ritterschaft fielen, ja, das ist nämlich unklar. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es eine elsässische Reichsritterschaft noch im 18. Jahrhundert gegeben hat. Gut, jetzt kommen wir noch zu dem Blasonierungsstil, der natürlich, also man kann ganz klar sagen, mein Stil wird nicht allen gefallen und er ist völlig anders als bisher. Und er ist eben stilisiert. Das heißt, ich gehe nicht zum Maximum, was ein Informatiker ja sicher gerne tun würde und präsentiere einfach eine formale Beschreibung, sondern ich versuche es zu stilisieren. Also ich versuche, dass alles lesbar bleibt, dass wenig Abkürzungen benutzt werden, aber wie schon gesagt, das Wichtigste soll am Anfang. Die Details sollen hinten sein. Der nächste Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass die Wappen immer zusammen sind. Das heißt, also jedes Wappen besteht aus der Grundfarbe und der darauf liegenden Figur oder den vielen Figuren, die darauf liegen. Und das gilt eben immer und das gilt auch für die Bestandteile des Wappens. Denn Wappen bestehen aus Wappen. Ein gefieltes Wappen besteht aus vier Wappen und die vier Teilwappen muss ich genauso beschreiben. Ich kann nicht den vier Teilwappen ihre Farben klauen und vorne schon erwähnen und dann erst die Teile um sie beschreiben. Nein, nein. Also das heißt, immer versuche ich Farbe und Figur zusammen zu beschreiben. Das gilt also bei vielfach geteilten Wappen. Das gilt auch, wenn das ein Herzschild auf einem Wappen ist und in solchen Fällen überall. Hier unten habe ich mal so ein Beispiel geschrieben. Also klassisch hier im Siebmacher, insbesondere steht immer gerne blau und rot gefiert, vorneweg und dann kommt Feld 1 und 4 ist irgendwas A und Feld 2 und 3 ist irgendwas B. Nein, so eben nicht, sondern jetzt geht nur gefiert und Feld 1 und 4 ist das Wappen, in blau ist A und in 2 und 3 ist das Wappen. In rot ist B. So soll es aussehen. So hat man die Wappenbeschreibung auf einen Blick und kann sie verstehen und hat alles zusammen. So, Wappenbeschreibungen wären lang. Es gibt Wappen, die bestehen aus 30 Teilen. Das kann durchaus sein. Und wenn man an die großen, riesen Wappen, der Österreicher und der Bund Zollern denkt, dann ist das noch eine geringe Zahl. Das heißt also, wenn man so einen Fließtext hat, den würde man nicht verstehen. Und deshalb wäre das Optimum, dass alle Wappen, ja, das geholfen wird durch Einrückung. Dass man die Wappenteile zusammenhält, aber eben auf eine separate Zeile stellt. In diesem Falle bei einem vierten würde das bedeuten, nur das Wort gefiert steht auf der ersten Zeile. Auf der zweiten Zeile steht 1 plus 4 Doppelpunkt B A und auf der dritten Zeile steht nur 2 plus 3 B. Da würde natürlich das Wappenbuch sehr dick werden, kann man sich leicht vorstellen. Und das mussten wir irgendwie hinkriegen. Das muss zum Optimum gebracht werden. Aber ich glaube, wir gewinnen was, nämlich Verständlichkeit. Dass jeder verstehen kann, aus welchen Teilen ein Wappen besteht. So, ich hatte mir ursprünglich vorgestellt, dass ich nach zwei Jahren mit der ganzen Arbeit fertig bin, mit allen 100 Bänden. Und dass ich dann die heraldischen Freunde aus ganz Deutschland zur Mitarbeit bringen kann, indem sie nämlich alle Wappen, die sie sehen, notieren und einbringen in das Wiki, wo sie das Wappen gesehen haben. Zweitens natürlich, wenn sie finden, dass irgendwo Unterschiede zwischen Bildern noch übersehen worden sind, dass sie darauf hinweisen. Dann ist ja klar, dass ein Autor viele Fehler macht. Das sehen wir an den Autoren des alten Siebmacher und ich bin keinesfalls von Fehlern frei. Das heißt also, alles prüfen und die Unterschiede prüfen, ob die nicht leicht übertrieben sind, ob sie wirklich da sind, das würde durch die Community der Heraldiker in Deutschland in absehbarer Zeit geliehen können. So, dann haben wir natürlich das Riesenproblem, wenn wir wissen, dass das Bild falsch ist, muss das Bild geändert werden. Wenn wir wissen, dass die Beschreibung falsch ist, muss die Beschreibung geändert werden. Die Beschreibungen lassen sich einfach ändern. Die Bilder lassen sich teilweise nur schwer ändern. Es gibt Bilder, wo man bloß ein Detail entfernen muss. Es gibt aber Bilder, wo das eine Riesenarbeit ist. Bei den Geschlechterstrukturen wäre natürlich auch die Hilfe der Kenner wichtig. Es gibt natürlich Leute, die über ihr Geschlecht gut Bescheid wissen. Und wenn die sagen würden, so und so ist die Lidl-Struktur, dann würde einem gut geholfen. Ja, dann kann es sein, dass die Quelle, die angegeben wird, in Wirklichkeit schlecht ist. Und dass der Familienkenner sagt, ihr müsst die Quelle angeben, denn das ist die wirklich hilfreiche Quelle. Ja, und bei der heraldischen Literatur wäre das natürlich gut, wenn wir zu jedem Wappen einarbeiten könnten, wo dasselbe Waren in derselben Form gezeigt wird, wo es leicht abweichend gezeigt wird und so weiter. Also hier sieht man schon auch damit, dass alle Bücher überarbeitet sind, ist die Arbeit nicht beendet, sondern nach meinem Gefühl, da beginnt die Arbeit. Wo stehe ich? Ich mache bisher praktisch nur Textarbeit. Ich sagte schon, die Geschlechterstruktur ist das komplizierteste, was es gibt und es ist sehr schwer für die Familien, die nicht eigene Familiengeschichten veröffentlicht haben, diese Struktur aufzustellen. Das GHDA ermöglicht mir eine schnelle Produktion, aber es ist eben bloß vorläufig. So, dann das Österreich, das Archiv-Impensionssystem AT, das kann ich euch bloß ins Herz schreiben. Jeder, der sich für ein altes Wappen interessiert, der sollte im Archiv-Impensionssystem in Österreich nachgucken. Leider ist die Suche nicht optimal, muss man sagen. Leider ist die Suche nicht optimal. Die schreiben zwar, dass es wirklich, dass es eine Textsuche ist, aber in Wirklichkeit. Selbst mit den richtigen Worten findet man nicht das Richtige und warum, ist mir noch nicht ganz klar, was dahinter steckt. Also ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich habe mit Tricks doch eine ganze Menge gefunden, was ich vorher nicht gefunden hatte. So, ich habe die Blasonierung nicht alle einfach machen können. Ich bin ja, wie ich schon sagte, eigentlich ein Anfänger und ich habe also Hilfe nötig und da ist natürlich der Freiherr von Reckung, den ich ständig nerve und der mich wahrscheinlich schon verwünscht, aber ohne den das Ganze natürlich im Stand. Und dann ist noch der liebe Dr. Haug und den ich auch nicht so weit gekommen wäre. Ja, dann die Bilder. Die Bilder sind ein Riesenproblem. Noch habe ich nur Bücher ohne Bilder. Wir haben Riesenfortschritte gemacht. Ich habe Studenten angestellt, die da tätig sind und die Räuberung ist jetzt schon exzellent. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich selber mal gemacht habe, aber die Separierung ist noch das große Problem. Also diese Zerteilung der 16er-Tafeln in lauter einer Tafeln. Das liegt daran, dass die Wappen eben sich durchaus überlappen. Überlappen. Die sind keinesfalls ein Reihungsglied, was man auf den ersten Blick denken könnte, sondern ganz heikel. Es gibt, man muss teilweise durch die anderen Wappen durchschneiden und muss das Wappen dann später entfernen. Also nicht trivial, nicht trivial. Und wenn das der Fall ist, wird das Ganze explosionsartig vorhanden. So, im Jahr 1, Wittmann, hier habe ich ja 17 Bände geschafft und zwei habe ich dann in Handarbeit als Ansichtsexemplare mal gemacht. Hat mich sehr viel Zeit gekostet, bestimmt zwei Bände. Die habe ich dabei kennengelernt, wie unterschiedlich die Bände sind. Ich habe das fürchterlichste, was sich ein Heraldiker wohl vorstellen kann, ein Fehler, wenn ein Heraldiker ein Wappenseitenverkehr beschreibt. Das ist einfach unglaublich. Und das erkennt man leicht, wenn ein Wappenbeschreiber alle Aufzählungen immer von rechts beginnt, von links beginnt, von links beginnt, dann wissen Sie schon, ach, das meint ja von rechts. Er hat also falsch beschrieben. Also ist fürchterlich. Und die schlechten Bände habe ich ja schon gesagt. So, hier sehen wir so einen typischen Artikel, wie er jetzt aussieht. Hier das Wappen Fürsten von Oettingen. Wir haben also das Bild oben. Die sehen vielleicht mal an der Überschrift, dass das noch direkt rausgeschnitten ist aus den alten Siebmacherbänden. Unten dann die Struktur. Hier jetzt ist es natürlich bloß ein Teil, weil die Familie nicht mehr groß beschrieben werden muss. Die ist hier ganz am Anfang rausgenommen. Das ist also witzigermaßen nur der Wappenfall hier. Das oben ist als Überschrift zu werten. Dann sehen wir die Quelle. Und Sie sehen schon, unbrauchbare Quelle. Hier steht Siegel des Kraft Anton Wilhelm Graf. Ja, bitteschön. Wo? Wo? Was soll denn das? Wie viel Siegel wird dieser Mann in seinem Leben gemacht haben? Also völlig ungenügende Quellenbezeichnung. Damit können wir nicht leben. Dann wird das Schild beschrieben. Sie sehen hier meine Stilbeschreibung. Also wichtigstes ist Eisenhutfee. Gucken Sie sich das Wappen oben aus an. Was ist das Wichtigste an dem Wappen? Eisenhutfee. So, jetzt wird man vielleicht ganz unglücklich sein, dass das Herzschild da ganz am Ende steht. Das ist eigentlich, das wundert mich schon. Ich füge mal eine eigene Beschreibung. Das müsste natürlich gleich auch am Anfang stehen, dass es einen Herzschild gibt. So, dann haben wir drei Helme. Dann werden die drei Helme beschrieben. Leider jetzt umgebrochen und nicht extra auf eine Zeile. Aber hier können wir natürlich alle Fehler schön sehen. Wir können also sehen, dass der Strauß-Federnbusch in Wirklichkeit aus drei, sechs, sieben Federn besteht und dass die abwechselnd schwarz-gold sind. Wir sehen, dass die Bezeichnung des doppelten Fluges da auf der Hut rechts, vom Betrachter aus, also in Wirklichkeit der linke Hut natürlich, auf dem linken Helm, dass das natürlich, ja, eine verrückte Sache ist. Also die Flügel beschäftigen mich stark. Ich frage mich, ist es wirklich eine gute Idee, einen Flug von einem Flügel zu unterscheiden? Das heißt also, für mich ist ein Flug, sind zwei Flügel und nicht einen doppelten Flug gibt es nicht, sondern ein Flug ist per se doppelt. Aber mit den Flügeln hat das sowieso was, ist ein Riesenproblem, weil es nämlich, wird der Unterschied zwischen geschlossenen, offenen Flügeln gemacht und Flügen gemacht und das ist ein Riesenproblem, das werde ich gar nicht anreißen müssen. Ja, im zweiten Jahr habe ich große Wände angepackt. Die Fürstenbände 11 und 12 sind ja einfach unglaublich, dass der Band 12 enthält 290 internationale Fürstenfamilien, die alle Reichsfürsten waren und hat mich also unglaublich beschäftigt, habe drei Monate dann gesessen, um das zu schaffen. Jetzt bin ich also am Band 27 Baden und bin aufgrund der vielen Fehler in den Familienbeschreibungen auch ganz schön gehemmt. Dann ist natürlich wichtig, die Bildverarbeitung, die jetzt seit Januar enorme Fortschritte macht. Ich hoffe, dass wir bis zum Sommer alles automatisch mit Programm machen können. Das ist also mein Bericht über das Projekt. Sie erkennen, also ich will ein altes Buch retten. Das ist natürlich eine kühne Idee und vielleicht völlig Unfug. Und es gibt möglicherweise zwischen Ihnen, die sagen, das sollte man nicht tun. Man sollte was völlig anderes machen. Aber da ich der Meinung bin, dass die Konzeption, die Sammlung der Geschlechter und die Aufteilung von den Autoren stammt und dass ich die Blasonierung bloß leicht theoretisch umschreibe und ein bisschen neuen Kenntnisstand bei den Familien hinzufüge, bin ich nicht der Autor. Das sieht ganz anders aus, wenn wir alles neu konfektionieren und wenn die Bilder dann da sind und vielleicht viele Bilder geändert werden müssen. Dann könnte ich eine Autorschaft ins Auge fassen. Bisher betrachte ich mich nur als Vorbereiter einer neuen Edition. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und beende damit meinen Vortrag. Herbert, vielen Dank für die umfangreichen Erklärungen deines Projektes, für deinen Projektstand. Horst, ich hätte gleich eine Frage an Herrn Sojan. Mein Name ist Robert Reiter und ich bin Angestellter von Icarus. Icarus werden Sie ja nämlich an kennen, das Projektmonasterium, das Zukunftsportal. Und für Sie vielleicht diese Quelle, ich weiß nicht, ob Sie diese Quelle kennen. Und zwar habe ich 2009 für das Teutelordensarchiv, Zentralarchiv in Wien, sinnliche Wappenrollen digitalisiert und die alle online verfügbar sind. Der ganze Hochadel von Mitteleuropa. Das sind insgesamt über 2000 an den Tafeln. Da können Sie dann zugreifen. Und weiters kann ich Ihnen eine Quelle anbieten. Ich habe auch hunderte Wappenbriefe digitalisiert in den diversen Archiven und da habe ich eine eigene Boutique angelegt mit allen Wappenrollen. Die Herkunft der Wappen, die Familiennamen etc., die komplette heraldägliche Beschreibung, warum man das Wappen bekommen hat, wie auch immer. Da können Sie auch zugreifen auf diese Quellen. Kennen Sie diese, Herr Steuern? Teilweise schon, ja, aber teilweise nicht. Und ich bin begeistert. Ich danke für den Hinweis und ich würde mich da stark bedienen. Ja, also freut mich. Danke für den Hinweis. Wie gesagt, das finden Sie direkt über Monasterium. Können Sie diese Wappen direkt begutachten und abscannen, auch drücken, druckfähig etc.? Ich bin sehr, sehr beglückt, wenn ich Kontakt hätte, wenn ich Rückkopplung hätte, wenn ich Verbesserungsvorschläge hätte und ja, Bereitschaften da oder da punktuell zu helfen. Ich brauche immer Berater, die man im Notfall fragen kann. Viele, viele Wappen enthalten unbekannte Wappenfiguren. Das ist übrigens so ein Nebeneffekt, den ich hoffe zu erzielen. Ein komplettes Vokabular des Siebmachers aufzustellen, der vielleicht die Wappenbilderordnung ergänzt. Ja, Michael Zacherl hat eine Frage. Ja, vielen Dank. Ich hatte viele Fragen, aber bis auf eine sind tatsächlich alle jetzt im Laufe des Vortrags gelöst worden. Aber eine ist übrig geblieben. Mir ist jetzt nicht ganz klar, welche Wappen am Ende in ihrer Zusammenstellung sein sollen. Ob das jetzt sich wirklich vorrangig auf den Siebmacher bezieht und wie man weitere Wappen eingeben kann, von denen man Kenntnis hat. Also man kann natürlich nicht. Man könnte mir aber Zentnis geben. Bei der Konfektionierung des Siebmachers bin ich mir unsicher. Als ich glaubte, dass die Familie Kreu nur im Band 10 auftritt, habe ich den Familienartikel noch erweitert. Denn es gibt viele Gräuwappen, die man erwähnen muss, wenn man die Familie behandelt. Und man kann nicht mit den dreien auskommen, die da stehen. Und so wird man wahrscheinlich im Falle von vielen Geschlechtern zur Meinung kommen, das reicht nicht. Und man muss mehr machen. Oder vielleicht auch, dieses Wappen ist nicht das Optimum, sondern ein anderes Wappen ist in Wirklichkeit das Wichtige, was dort gezeigt werden muss. Also ich bin da offen. Und ich würde mal sagen, wir haben eher ein Farbproblem als ein Platzproblem. Die Wiener Wappen sind ja alle farbig. Und die jetzt schwarz-weit zu machen, hätte ich nicht. Also die Fähigkeit, ich bin wirklich kein begnadeter Wappenzeichner. Allerdings gibt es ja auch noch einen anderen Weg. Es gibt das Internet. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich drei Wikis gemacht habe, mit denen man nach Objekten suchen kann, mit heraldischen Fachbegriffen. Und diese will ich ja, wenn ich fertig bin, mit den verbesserten Blasonierungen füllen, sodass man dann wirklich sinnvoll suchen kann. Jetzt habe ich eben die alten, schlechten Blasonierungen. Und da könnte man natürlich ohne weiteres neue Bilder dazuladen. Und das könnte dann auch von außen, von anderen, unabhängig von mir, geschehen. Bei den Wappenbüchern wäre das nicht. Und da würde ich bitten, wenn Sie was haben, kontaktieren Sie mich. Und dann bin ich gern bereit, wenn ich verstehe. Denn es ist ganz klar, dass in vielen Fällen, also ich weiß allein über Frankfurt viel besser Bescheid, als von Hefner das 1850 getan hat. Und ich weiß, dass er bloß in Frankfurt hätte fragen müssen. Und man hätte ihm gesagt, es gibt ein Wappenbuch, der Garn-Erbschaft Alten-Limburg. Und da sind doppelt so viele Wappen drin, wie Sie bisher in Ihrem Buch drin haben. Also bitte. Ich bin glücklich, sehr beglückt, wenn Sie mich kontaktieren würden. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das später auf einem offenen Wiki zu finden sein. Richtig. Also mehrfach. Das Erste ist, ich habe die Quelle für das Ganze, ist eine ganz einfache ASCII-Datei, aus der ich die Tech-Dateien für die Bücher generiere. Und ich will natürlich auch für meine WW-Person einen kompletten Siebmacher in HTML generieren. In diesen Wänden werden natürlich die Links nach Österreich oder hier nach dem Kollegen da nach Monasterium und so weiter dritte sein, sodass man dann rübergehen kann. Das ist ganz klar. Und es gibt ja Fragen, die ich in den Büchern und in den Wänden jetzt auch gar nicht angehen kann, die aber trotzdem für die Haltig wichtig sind. Eben zum Beispiel, wer war der letzte Wappenbesitzer? Nach aktuellen Ketten ist das natürlich. Also scheint mir ganz wichtig. Und wer war der erste Wappenbesitzer? Oder wo ist das Wappen? An welchem Schloss? Wir wissen alle, dass da im Rheinland eifrige Wappenfotografierer gibt und nicht nur da. Und es gibt ja auch Grabfotografierer, die helfen können. Also das heißt, solche Bezüge kann man in einem Buch schlecht machen. Die sind aber natürlich für alle interessant und hilfreich. Also das ist unsere Plattform, die zu erreichen ist, diskurs.genealogy.net. Und hinter diesem Button kann man sich alle Kategorien ansehen, die dort sind, also wie unsere alten Mailinglisten, alphabetisch geordnet. Und die Adelsliste ist hier oben. Und hier sieht man das Thema des Beitrags, wer das eingestellt hat und von wann der Beitrag ist. Das Thema März, März, wann die beiden kann man sich angucken. Das ist also eine Frage von einem. Und wenn man da was zu sagen kann, könnte man ihm jetzt antworten. Man klickt einfach auf Antworten und kann seine Antwort dann hier einschreiben, kann auch Fett und Kursiv und alles mögliche benutzen. Also relativ einfach. Bilder hinzufügen. Genau. Du kannst ja mal in die Suche gehen und da nach Steuern suchen. Dann siehst du, was er alles zuletzt geschrieben hat. Da haben wir den Account. Und da sieht man seine Beiträge. Also ich habe jetzt über die Suche oben, über die Loop, ja, rechts gesucht. Ach so, das ist, ah, da hast du jetzt eine andere Darstellung. Ich habe eine Liste bekommen, was er alles in Adel geschrieben hat. Also wenn ich in der Liste suche, ja. Ich habe jetzt insgesamt gesucht. Ja, das kann man also beliebig suchen, nach dem Autor, nach Themen. Wenn du jetzt auf mehr noch, auf mehr gegangen wärst, dann wäre die vollkommene Suche und ich möchte vielleicht noch ergänzen. Es war vorhin die Rede, dass man einen kostenlosen Account braucht. Also jeder, der in irgendeiner Form bei uns schon im Gen-Wiki oder auf der Team-Plattform oder so sich kostenlos angemeldet hat mit dem selben Zugang, kommt da auch in den Diskurs. Also einmal anmelden auf teamgenialogic.net und hat auch diese Möglichkeiten. Also das zu unserer Kommunikationsplattform. Der Nachfolger der alten Mailman-Software. mit den Möglichkeiten, dass man hier auch Bilder anhängen kann und relativ einfach kommunizieren kann. Also es gibt in dem Wiki dann, wenn man auf diese drei Punkt, drei Striche hier geht, dann kriegt man hier unten Hinweis auf eine FAQ. Das sind Fragen und Antworten und da kriegt man dann eine Menge an Infos zum Umgang mit dieser Software, aber das ist eigentlich relativ einfach zu händeln. Wie gesagt, suchen kann jeder. Zum Suchen braucht man keinen Account. Da sollte man schon aus diesen offenen Listen auch alles finden. Wenn man natürlich schreiben will, muss man einen Account haben. Eine Frage. Gibt es bürgerliche Wappen? Also ich habe hier so einen Stammwappen einer Familie, meiner Frau, Stammwappen der Familie angeht, die von 1397 vom Kaiser Wenzel verlieren. Was kann man von sowas halten? Also die Antwort zu dieser gerade bürgerlichen Wappenanfrage. Sie müssen sich vorstellen, so in der Zeit 1880, 1920, als viele Leute zu Geld gekommen sind, Gründerzeit, da sind Leute von Haus zu Hause gegangen und haben gesagt, liebe Herr Diplombraumeister, ich habe ihr Wappen gefunden, von König Wenzel ausgestellt, wunderbar gezeichnet, also hängen sie es über den Kamin, glauben sie nicht dran. Also typischer Wappenschwinkel. Sieht wunderbar aus, das Wappen von Isabelle. Ja, die Texte sind alle sehr ähnlich. Eine alte, ehrbare Familie aus dem Schweizer irgendwoher. Und unter einem Kaiser X geadelt und Wappen verliehen und so weiter. Also die Texte gleichen sich sehr stark. Wir hatten im Verlag mal ein Büchlein, das leider vergriffen ist. Da gibt es rund 100 einschlägige Beispiele zu diesem Wappenschwinkel. Also es gab noch richtige Wappenbüros, die sowas angefertigt haben. Dann gab es die Vertreter, die draußen rumgeschickt wurden, wie gesagt, also zu dem Braumeister, zu dem Fabrikanten und so weiter. Und die haben es dann für viel Geld gekauft. Denn, dass eine bürgerliche Familie um die Zeit schon eigene Forschung betrieben hat, konnte man nicht voraussetzen. Habe ich vermutet. Vielen Dank. Es stimmt genau, es gibt die Breiningers aus dem früheren, freien Reitstadt Regensburg stammend. Aus dem alten Geschlecht und so weiter. Ja, okay, also dann ist klar. Man sollte aber das Kind nicht mit dem Bade ausschalten. Es ist für uns klar, dass in den großen Städten, also in Nürnberg, bestimmt die Hälfte der Bevölkerung Wappen hatte. Das kann man nachweisen in Nürnberg, weil jeder Besitzer eines Kirchenbank sich eintragen musste in das Kirchenbankbuch. Und das soll voller Wappen sein. Herr Stoyan, das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Dass sie in Reichstätten natürlich das Wappen als das Orientierungssymbol hatten. Das war am Haus Kirchenbank sonst irgendwo und hat also dann die Familiensprechen ausgewiesen. Aber das ist ja dann ein Phänomen der Gründerzeit, wo also man muss sagen Hausierer rumgingen und dann ihre Wappen verkauft haben. Natürlich, ganz klar. Dann denke ich, wenn wir das Thema abschließen, bedanken uns nochmal, Arvart, für die Ausführungen. Und ich denke, da werden wir demnächst wieder neuere Informationen von dir bekommen, wie der Fortschritt abläuft. Und ich denke, da werden wir das Thema abläuft.